Ich geh lieber wieder in meine Pace. Da ist noch was. Da ist sogar noch was. Ich glaub, es hat nicht wer gesehen. Nein. Hören mich die jetzt? Ja. Ja, ich bin von Anfang an, ich hab Du und bin zum Loot Lake dorthin gegangen. Dort hat mich gleich einer geschlagen mit der Spitzhäcke, bin ich runtergepft, habe ich im Haus unter den Treppen versteckt. Und er hat 10 Leben dabei gehabt. Und dann hat mich ja noch einer abbauen und ich hab's jetzt 10 AP, hab leider nie was gefunden und jetzt dann dort hab ich gesehen, dass wir ein paar was liegen gelassen haben und es leben nur noch 5. Also 4 mit dir. Ja. Und wenn Du das schaffst, ist es wirklich arg, weil das hat glaub ich noch niemand geschaut. Nein, vielleicht schon, aber es ist schon ein Highlight. Das war der Konfe, oder? Es ist schon ein Highlight. Sieht man mich so? Sieht man mich so? Glaube ich nicht. Es ist nur nah gesumt. Und Du bist trotzdem noch drinnen. Das ist halt Fortnite und ja, das werde ich noch öfters aufnehmen. Eigentlich wolltest Du das ja jetzt gar nicht aufnehmen, nur weil das gerade so geil war. Es war jetzt, es ist jetzt so geil gerade, er ist in der Mitte und einfach das ist jetzt nur ein Vorgeschmack. Muss ich dann eigentlich nochmal rennen? Verfordern. Muss ich dann nochmal rennen? Ich glaube schon. What the fuck? Soll ich ballern? Nein, ballern nicht. Ich hab so schießt dazu. Das ist so knapp gewesen. Die haben dich, der hat den nicht gesehen. Der geht noch weiter, Alter. Verkleinert sich das nochmal? Ja. Geh in einen anderen. Was soll ich tun? Das sind nur noch der und ich. Du musst ihn jetzt killen. Du musst ihn jetzt killen. Wo ist er? Unter dir sicher. Wenn du nichts schaffst, ist auch egal. Du bist knapp vom Sieg. Alter, es war so geil. Ich bin zweiter geworden mit nichts, mit C oder P. Das ist so knapp gewesen. Wieso habe ich ihn nicht abballert? Keine Ahnung. Du hast gesagt, ich soll ihn nicht abballern. Ja, aber er war so knapp bei dir, aber es war erster. Das muss rauf und er kommt jetzt dann später noch mehr. Ihr habt es leider nicht von Anfang an gesehen. Das wäre noch besser gewesen, aber es ist ein kleiner Vorgeschmack für Fortnite-Videos auf meinem Kanal. Sie werden bald kommen. Bis bald. Und mit meiner Cousins kommt es. Und wir spielen dann online zusammen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis bald. Ciao.